Für Hans Siegel könnte es gerade nicht besser laufen. Nicht nur beruflich feiert er große Erfolge, sondern auch privat. Zufrieden lächelt er, und auch etwas verträumt. Pünktlich zum Frühling zeigt sich Hans Siegel, 54, rundum happy, und romantisch, auf Instagram im Blütenmeer. Aus gutem Grund, der Bergdoktor Liebling blüht gerade so richtig auf. Es liegt Liebe in der Luft. Sein Einsatz in Lissabon? Ein voller Erfolg auf der ganzen Linie. Eine Traumkulisse, ein tolles Team, und wunderbare freie Momente mit Ehefrau Susanne, 56, liegen hinter ihm. Sein Schatz war mit in den Süden gereist. Mit der Sonne im Herzen geht's weiter. Morgen wieder ans Set, zeigte Siegel entspannte Schnappschüsse aus der Freizeit. Die Fotos hatte wie fast immer seine Liebste höchstpersönlich geknipst. Auch Susanne teilte strahlend Aufnahmen von Seizing und Spaziergängen. Herrlich, so eine Liebesauszeit in Lissabon. Danach ging es für den Schauspieler schön weiter, an sein geliebtes Bergdoktor Set für neue Dreharbeiten. No words needed, deti, es braucht keine Worte, so siegelselig mit Blick auf den wilden Kaiser. Hach, der Hans im Glück! Untertitelung des ZDF für funk, 2017